Kann ich mir noch mal irgendwo die Missionsziele survive seven waves of Raiders we attempt to destroy you destroy all Raiders ja bis jetzt hatten wir die hatten wir die Goblin Welle die Regen sicher wir hatten die Minotauchen Welle die ziemlich heftig eingehauen hat so mehr brauchen wir jetzt gerade nicht machen hoffen dass wir die nächste Welle gut überstehen wenn sie dann kommt ich weiß jetzt halt gerade nicht ob die Zwerge und die Elfen als eine Welle zählen okay ich bin mal so mutig jetzt müsste nämlich eigentlich am tag 15 Welle kommen ungefähr wenn da eine Welle kommt das Problem ist die gehen nicht nie direkt zu meinem Castle die wollen immer erst alles auf dem Weg dorthin zerstören so Ranger die das Umland für mich erkunden da sehe ich vielleicht auch früher wenn was auf mich zukommt es sind Vampire ich blässe mal einen haben wir schon mal wenn ich richtig gesehen habe zwei gut die Vampire aufhalten das ist jetzt auch nicht so schwierig weil da liegt schon wieder ein Vampir im Stau jetzt sind noch zwei Vampire so ein Vampir noch da haben wir die Welle auch überstanden so und noch mehr Ranger bin sogar gewählt auch wenn es teuer wird noch hier ein Guardhaus hinzubauen wobei ich da oben auch eins bräuchte hier ja komm sicher ist sicher das kostet mich zwar einen Haufen Geld aber wir haben die Vampir Welle wohl überlebt das war jetzt entweder Welle 4 oder 5 ich habe keine Ahnung so und wir klären uns mal das Geld zusammen Quietcher Dance überall Oh jetzt kommen wieder Minotauren überall Okay den Tau werden sie einreißen Schade dass ich meine Guardhäuser nicht heilen kann gut mein Marktplatz ist noch nicht unter Angriff und ich habe zum Glück jede Menge Heiler so das mache ich mal weil ich brauche den trocken ok Okay, abgesehen davon, dass ich jetzt wieder drei Garthäuser verloren habe. Naja gut, das wird wahrscheinlich eine sehr knappe Sache wieder werden mit der letzten Welle. Drei, sechs, neun, zwölf, fünfzehn, achtzehn, einundzwanzig. Jetzt müsste dann die letzte Welle demnächst kommen eigentlich. Ja, und ich habe wieder verdammt viele Mönche, die, also Heiler, die auf hohen Rang sind durch das ganze Heilen. Achtung, meine Güte. Oh, ach du meine Güte. Das könnte lustig werden. Gerade wegen dem Tag. Ja gut, die Wager wieder zu beleben, rettiert sich nicht. Äh, ich sehe seinen Grabstein nicht. Ach, da ist er, irgendwo. Oh, da war, das war meine Heilergilde. Aha. Die prügeln mich gerade ins Nirwana. Ja. Ähm, wir starten. Gut, Tag 21 ist der Tag, an dem die Überwelle kommt. Buildings. Spiele. Eine Warrior-Gilde auf jeden Fall. Und... Einen Tempel von Fervus. Wir gehen nämlich gleich von Anfang an auf Warriors of Discord. Spiele. Your Majesty, a new building is complete. Your Majesty, a new building is complete. Your Highness, if our kingdom is to prosper, it needs more heroes. Majesty, a local blacksmith offers new services. Sovereign, a building has been upgraded. More gold, Your Majesty. Tax collector. Majesty, a local blacksmith offers new services. Sovereign, a building has been upgraded. More gold, Your Majesty. Noch haben wir Tag 1. Your Majesty, a new building is complete. Your Majesty. Ja, Spot Waage. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Majesty, a new building is complete. Your Majesty, a new building is complete. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign, a new building is complete. Sovereign, a new building is complete. Sovereign, your marketplace now serves you better. So, and I have a new Discord-Krieger. I have no idea.